Namaskar Padmasana ist die Grußhaltung im Lotus. Komme in Padmasana an die Lotusstellung, einen Fuß auf einen Oberschenkel, den anderen auf den anderen und gib dann die Handflächen vom Brustkorb zusammen. Namaskara bedeutet Ehrerbietung und Gruß. Du grüßt die Tiefe deines Wesens, du grüßt das Göttliche überall, du grüßt alles Lebendige und die Großartigkeit der Schöpfung.